Kaufstar präsentiert den super bequemen Walkmax Fitness Hausschuh. Den Fitnessrenner jetzt auch für zu Hause. Gute Nachrichten für alle Liebhaber der Original Walkmax Schuhe. Ab sofort können Sie auch zu Hause mit jedem Schritt in bessere Form kommen. Mit dem Walkmax Hausschuh, der mit der speziellen runden Sohlenform, schlüpfen Sie nach einem langen Arbeitstag in den super bequemen Walkmax Fitness Hausschuh. Und fühlen Sie sich vom ersten Schritt an richtig wohl. Ob beim Aufräumen, beim Bügeln oder beim Gang zum Kühlschrank. Mit jeder Bewegung spüren Sie das unvergleichliche Walkmax Laufgefühl. Durch die erhöhte Muskelaktivität wird Ihr Herz-Kreislauf-System angeregt. Und der Walkmax Hausschuh steigert auch die Aktivierung Ihrer Gesäß- und Beinmuskulatur bis zu 30%. Unterstützt eine gute Haltung. Kann helfen Zellulite vorzubeugen. Und wenn Sie sich mal gerade nicht bewegen, sorgt die angenehme, hochwertige Filzoberfläche für kuschelig warme Füße. Walkmax Fitness Hausschuh. Hier erhältlich. Aufräumen. Wasser und Lösehleθ�. ...